Erstmal hier ein anderes Lied, denn ohne Karneval, das heben wir uns auf, bis wir oben sind. Musik Liebe Damen und Herren, hier auf unserem Beko-Marag-Platz, das war sie, die Session 2014 mit unserem Stadtprinzen Klaus dem Ersten Voss. Sein beiden Hofmarschellen Gerd Hinz und Dirk Gresshage und im Elberrat der KG Wattenmale. Es war eine tolle Session, sie hat riesig Spaß gemacht und sie hat so viel Spaß gemacht, weil ihr alle, ihr alle Beko-Marag mitfeiert, mitsingt, mittanzt und mitlacht. Das macht unser Karneval aus und wir hoffen, das geht in den nächsten Jahrzehnten genauso toll weiter in unserer Stadt, wie wir es gewohnt sind. Euch allen, die unseren Karneval tragen, alle 22 Gesellschaften, alle Gruppen, alle Musikzüge, Balletts und alles, was dazugehört vor uns hinter den Kulissen. Euch nochmal, dann dreimal so rübsgediehen! 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 Wir alle mit euch zu feiern, wie wir es in diesem Jahr hatten. Wir werden zusammen durch diese Straßen ziehen und einen Rosenmotorzug auf die Beine stellen, von dem andere nur träumen können. Und jetzt ist es soweit. Zum Abschied spielen wir, oder versuchen es zumindest, alle Kapellen zusammen, denn ohne Karneval können wir nicht sein. Ich gebe jetzt hier oben das Kommando und zähle bis drei und bei drei stimmen ihr bitte wieder ein. Liebe Kapellen, aufgepasst! Eins, zwei, drei! Liebe Kapellen, aufgepasst! Liebe Kapellen, aufgepasst! Liebe Kapellen, aufgepasst! Liebe Kapellen, aufgepasst! Werkt weiter, Karneval geht bis 0 Uhr! Viel Spaß!